Seitdem ich denken kann, haben wir mit der Familie unsere Urlaube an der Nordseeküste verbracht. Ich bin mir sicher, dass dadurch auch meine Liebe und Nähe zum Meer entstanden ist. So war es nicht weiter verwunderlich, dass ich meinen Beruf nach meiner großen Liebe ausgewählt habe. Und so bin ich letztendlich vor elf Jahren hier auf Helgoland gestrandet. Mir ist bewusst, welch Glück ich habe, meinen Kindheitstraum hier leben und ausüben zu dürfen. Ich weiß es jeden Tag aufs Neue zu schätzen und bin so dankbar, diese Wertschätzung auch bald meiner Familie mitgeben zu dürfen. Ich setze mich mit voller Leidenschaft dafür ein, dass mein Helgoland mit all seiner Einzigartigkeiten noch für viele Generationen erhalten bleibt. Besonders im Winter, wenn die Kegelrobben auf die Düne kommen, um ihre Jungen zu gebären, dann spürt man die Magie dieses Ortes ganz intensiv. Ich halte dann gerne einen Moment inne und bin so dankbar dafür, hier zu sein. Denn das ist meine Nordsee. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause.